Am 6. August von 15 bis 20 Uhr wird auf dem Beachvolleyballfeld am Luckenwalder Nutepark der Boulevard Beachvolleyball Cup BBC ausgetragen. Gespielt wird im 4 gegen 4 Modus. Jugendliche ab 14 Jahren können teilnehmen. Anmeldeschluss ist am 4. August. Veranstalter ist das Jugendzentrum Go7. Weitere Informationen gibt es unter www.luckenwalde.de. Und damit zu den weiteren Veranstaltungstipps. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018